hi hallo photoshop cs6 ist da und hat eine ganze menge neue funktionen und features und ich bin der martin und ich will euch zumindest mal ein paar davon zeigen mal schauen wie viel es werden ich kann es noch nicht sagen gut es gibt aber nicht nur neue funktionen in photoshop sondern manchmal hat sich auch die art wie sie funktionieren geändert manchmal zum besseren manchmal aber auch zum schlechteren also auf deutsch gesagt ich zeige euch nicht nur irgendwie was neu drin ist sondern auch ein bisschen wie es funktioniert und warum vielleicht manche sachen nicht so gut gelungen sind egal lange rede kurzer sinn in diesem video geht es mal um die vektor ebenen im prinzip kennen wir sowas ähnliches schon aus den vorherigen version von photoshop da gab es ja die sogenannten form ebenen und das ganze wird jetzt vector layers genannt oder ich habe das jetzt mal frei übersetzt vektor ebenen genannt die funktionieren nämlich ein bisschen anders deswegen ist diese wortänderung begriffsänderung auch sinnvoll früher wenn wir so eine formebene gemacht haben so wie die die ich jetzt gerade eben hier unten drin liegen habe dann haben wir hier drüben im prinzip eine farbfläche gesehen und nebendran eine vektor maske die sozusagen diese form definiert hat mittlerweile sehen wir das nicht mehr sondern wir sehen hier ein etwas neues symbol aber keine separate vektor maske mehr das ist ein gutes zeichen dafür dass da was anderes ist hat natürlich einen riesengroßen tschuldigung hat natürlich einen riesengroßen vorteil diese ganze geschichte weil die eigentliche vektor form dieses objektes ist in dem objekt selbst enthalten und ich kann jetzt zusätzlich wenn ich das möchte noch eine vektor maske anwenden darauf das ging natürlich vorher nicht weil die vektor maske war ja schon dafür belegt um diese form ebene überhaupt zu definieren so viel zum vorgeplänkel ich schmeiße diese ebene da einfach mal raus oder mache sie zumindest schalte sie zumindest mal aus und wir gucken uns das mal an was da so alles passiert wenn ich hier auf zum beispiel abgerundete rechteck werkzeug drauf klicke in der werkzeugpalette dann hat sich hier oben in den optionen eine ganze menge verändert gegenüber den vorherigen versionen ganz kurz zum überblick hier gibt es nicht mehr drei separate kleine buttons um zwischen form ebene fahrt und direkt einem pixel einer pixel ebene hin und her zu schalten sondern das ist in so einem kleinen menü verschwunden dann gibt es hier direkt eine fil farbe es gibt eine stroke farbe das ist neu das ging ja vorher so in der form nicht bei form ebnen und einige andere optionen zu denen wir jetzt gleich im einzelnen noch kommen gut wir machen jetzt eine was es früher war form ebene nein wir machen jetzt eine vektor ebene ziehe ich jetzt einfach mal hier rein wunderbar und was ist das gestrichelte rand außenrum verrückte sache auch das ging früher nicht ich mache das mal ganz kurz aus damit wir das sozusagen von vorne noch mal neu bauen können wir haben hier eine form ebene so wie wir sie bisher kannten und früher musste man dann sozusagen diese ja die vektor maske dazu nutzen um dann mit einem pinsel oder dem stift werkzeug mit den entsprechenden einstellungen irgendwie einen rand außenrum zu zeichnen als kontur oder aber klar das geht natürlich auch als layer style ein stroke nach wo ist er wer ist da ist er stroke also sprich einen rahmen außenrum zu machen das ist jetzt hier mit eingebaut ich kann mir also irgendeine farbe schnappen die ich gerne als stroke farbe hätte wie zum beispiel das weiß kann dann sagen wie dick dieser rahmen sein soll zum beispiel fünf punkt wäre eine möglichkeit nach bestätigen das ganze noch klappt auch und dann hier die linien form entweder eine durchgehende linie oder eine gestrichelte linie oder eine gepunktete linie und bei dieser gestrichelten linie beispielsweise haben wir dann noch zusätzliche optionen beispielsweise das allein also sprich soll diese linie innerhalb des objektes dieser vektorform gezeichnet werden soll sie zentriert auf die kante gesetzt werden oder soll sie außerhalb der vektorform gemacht werden dann gibt es noch die möglichkeit die einzelnen strichelchen entweder hier hart enden zu lassen oder abgerundet enden zu lassen hier sieht man auch vielleicht wenn ihr genau hinguckt dass das dann sozusagen um den endpunkt herum noch die strich dicke weitergeführt wird das lassen wir jetzt mal beiseite bildschmerzen erklären sieht man dann sofort wenn man es ausprobiert und die ecken kann man dann natürlich auch entweder eckig ecke eckig sehr verrückt oder abgerundet und noch so abgeflachte ecken kann man auch machen und dann gibt es noch mehr optionen wo man dann die sachen die wir gerade gesehen haben einstellen kann aber zum beispiel wenn man eine gestrichelte linie haben will kann man hier die strich abstände einstellen also beispielsweise könnte ich hier zehn als strichlänge und die lücke dazwischen ist im moment zwei die könnte ich jetzt mal zum beispiel auf 4 setzen und kann so diese gestrichelte linie anpassen man kann auch einen unterschiedlichen rhythmus hier einführen kann zum beispiel sagen ich möchte einen 10 einheiten langen strich machen dann eine 4 einheiten lange lücke dann hätte ich gerne eine 5 einheiten lange linie und dann wieder eine 4 einheiten lange lücke dann wechseln die sich immer gegenseitig ab ist ganz nett aber hier kommt schon das erste aber es ist nicht perfekt umgesetzt also das heißt wir sehen hier oben diese strichlängen die werden immer exakt eingehalten klar aber irgendwann schließt sich dann der kreis gewissermaßen und da wächst das dann irgendwie zusammen also es ist nicht richtig perfekt perfekt wäre natürlich wenn man jetzt den umfang dieses objektes wenn photoshop den umfang dieses objektes genau ausrechnen würde und sich dann selber bestimmen würde wie es diese linien verteilen muss damit die dann wirklich schön sauber mit gleichbleibenden abständen auch am endpunkt dieser gestrichelten linie dann machen würde tut es aber nicht schade eigentlich egal wir können trotzdem strichlängen machen oder punkte wenn ihr das haben wollt wunderbar geht jetzt deutlich einfacher als früher wenn auch nicht perfekt leider so was haben wir noch wir haben die möglichkeit hier diese ebene über die koordinaten beziehungsweise über die breiten werte zu verändern zum beispiel breiter zu machen oder eben höher zu machen all das geht wunderbar kann man alles nachträglich verändern schon mal nicht schlecht hat aber ein paar nachteile wäre ja komisch wenn es keine nachteile hätte ich mache mal diese höhe hier relativ gering und dann seht ihr dass diese abgerundete ecke wahrlich keine abgerundete ecke mehr ist hmmm doof die ist also verbogen worden war früher auch schon so wenn wir eine formebene nachträglich einfach verbogen haben dann sind die ecken mangels sogenanntem nine slice scaling also einem ja neun wie sagt man da neun scheiben skalierung oder sowas gibt es in illustrator die gibt es eben in photoshop leider nicht immer noch nicht und deswegen verbiegen sich dann diese ecken da ganz furchtbar außerdem wir haben ja gerade gesehen dass wir breite und höhe hierüber festlegen können auch nachträglich noch also ich kann hier auch die höhe jetzt wieder anheben ist überhaupt kein problem und deswegen würde ich jetzt erwarten dass ich auch den radius jetzt nachträglich noch ändern kann von diesem rechteck aber das geht dummerweise nicht ich kann hier nur etwas gewissermaßen voreinstellen für die nächste vektorebene oder das nächste vektorobjekt was ich erstellen würde das ist ein bisschen schade gut sehr schön finde ich dass man mittlerweile wenn man hier irgendwas bewegt kriegt man hier einheiten angezeigt wo man gerade ist positionsmäßig das finde ich eine schöne nette hilfe und wenn ich jetzt dieses objekt zum beispiel hier rüber skaliere kriege ich auch die breite jetzt in diesem fall weil das lineal auf pixel steht dann in auf pixel genaue werte hier angezeigt direkt praktisch an der stelle wo ich mit dem cursor auch arbeite muss dann nicht irgendwie mir die infopalette aufmachen um da nach zu gucken also ich kann hier eine exakte breite genau einstellen und habe dann das was ich haben möchte perfekt erreicht transformation anwenden klar jetzt kann ich wieder hier auf dieses werkzeug gehen und kann hier die breite und höhe trotzdem noch ändern wenn ich das denn möchte aber eben nicht den radius schauen wir uns mal noch was an was ganz witzig ist wenn ich jetzt die höhe hier wieder reduziere und zwar so deutlich reduziere dass ihr deutlich erkennen könnt dass diese abgerundete ecke alles andere ist als eine schöne abgerundete ecke sondern richtig ordentlich verbeult so wie kann ich das hinkriegen und da gibt es jetzt einen trick und zwar bisher war es so dass wenn ich mit einer formebene arbeiten wollte musste ich irgendwo ins dokument klicken und musste die formebene aufziehen und loslassen bei den vektorebenen hat sich das jetzt ein bisschen geändert ich kann nämlich jetzt einfach irgendwo ins bild klicken beispielsweise hier mache ich jetzt einfach mal einen klick zack und dann kommt ein dialog in dem ich breite und höhe eingeben kann von einem neuen vector objekt und auch den radius der ecken das habe ich jetzt einfach mal 32 pixel und dann kann ich ihm noch sagen von wo aus soll er dieses abgerundete rechteck aufziehen von der stelle wo ich geklickt habe sozusagen zentriert oder die linke obere ecke ich lasse das jetzt einfach mal aus hier klick ok und zack haben wir ein neues rechteck und wie wir sehen es hat genau die gleichen dimensionen die äußeren dimensionen wie das was ich vorher hatte weil er sich das nämlich gemerkt hat und anbietet für das nächste zu erstellen der objekt und macht da dann auch saubere abgerundete ecken rein das bedeutet dass ich die möglichkeit habe na jetzt habe ich das falsche tool gewählt so ich habe die möglichkeit hier dieses vektor objekt was ich vorhin erstellt habe das wähle ich mir nochmal an in der ebenen palette bearbeite hier breite und höhe wie ich das gerne hätte machen wir die höhe ruhig noch ein bisschen höher dass das deutlich wird so erkennbar und jetzt klicke ich hier irgendwo in das dokument rein tack möchte eine neue erstellen sage einfach ok und dann hat die neue vektorebene wunderbar die abgerundeten ecken die ich ursprünglich haben wollte die hier aber wegen meiner skalierung nicht mehr sauber ist also das ist schon relativ hilfreich dass man irgendwo klicken kann und dann irgendwie äußere dimensionen eingeben kann zahlen werte sozusagen finde ich ganz schick gelöst ehrlich gesagt ja und dann sehen wir hier drüben in der palette dass diese symbole wie gesagt deutlich anders aussehen erkennt man glaube ich auf anhieb ja das war es zum ersten mal für nein 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 halt um gottes willen haha noch einen kleinen kritikpunkt habe ich hoho böse sache und zwar wenn wir uns mal anschauen wie das früher in photoshop ausgesehen hat ich gehe nochmal auf den screenshot von photoshop cs5 dann sehen wir dass wir hier oben in der optionenpalette diese werkzeuge liegen haben das heißt ich kann in der optionenpalette direkt umschalten ob ich ein rechteck ein abgerundetes rechteck ellipse vieleck linie oder eine eigene form oder mit dem zeichenstift werkzeug irgendwie arbeiten möchte und das oh wunder oh wunder das ist weg da kann ich nichts mehr auswählen ist schlicht und einfach weg das heißt ich muss jedes mal hier in die werkzeugpalette rein und muss mir hier das werkzeug raussuchen was ich benutzen will oder eben mit der taste u durch toggeln welches werkzeug ich haben will das geht natürlich klar aber hm ich fand es schöner als man da oben dann direkt auch auf die form und was weiß ich was alles zugreifen konnte das ist also leider nicht mehr der fall gut vektor eben ich hoffe es hat euch ein bisschen geholfen spielt einfach mal ein bisschen damit rum es gibt ein paar schöne neuigkeiten in dem bereich es gibt aber wie ich ja euch gezeigt habe auch ein paar sachen die jetzt noch nicht wirklich perfekt gelöst sind sagen wir mal da ist noch luft nach oben ok viel spaß beim ausprobieren bis zum nächsten video bye bye um b